So, wir sind jetzt gerade aus dem Hotel ausgecheckt und machen uns auf dem Weg zum Busbahnhof und fahren dann gleich nach Poussaint mit dem Bus. Das dauert dann drei Stunden ungefähr. Der Bus macht unterwegs einmal eine Pause. Aber die Busse sollen hier so krass sein. Ich bin mal echt gespannt. Das ist hier so ein Ding mitten in der oberen Station. Wir essen jetzt Burger, weil meine Mutter Lust drauf hatte, hier in einem veganen Burgerladen. Und ich glaube, hier esse ich zumindest gut. So, das war ungelogen, glaube ich, der beste vegane Burger, den ich wie je in meinem Leben gegessen habe. Und ja, sie will morgen wieder hin. Also mal schauen. Und wir sind jetzt im Lotte-Einkaufszentrum drin, weil hier so eine große Wassershow ist. Das ist quasi, glaube ich, das größte Indoor-Wasserspiel-Ding auf der Welt. Und das fängt jetzt in zehn Minuten an. Wir schauen mal, was uns erwartet. Und danach ist hier oben eine Terrasse, ich glaube, im 13. Stock oder so, wo man, glaube ich, einen relativ guten Überblick über das Meer hat, weil Poussaint liegt am Meer. Und ja, das möchte ich mal sehen. Also, wir sind jetzt hier und müssen da. Das ist jetzt die elfte Etage von diesem riesigen Einkaufszentrum, Flagge Koreas. Und wir müssen jetzt hier noch ein bisschen hoch. Und dann sollte da gleich irgendwo das Meer sein. Also, das ist schon verdammt beeindruckend. Das ist jetzt nur eine Seite. So, und hier ist dann der Rest von der Stadt. Also, auch wieder nur ein Teil. Hier hat man auch überall diese Liebesschlösser, aber die haben da drüben eine Box, um die wieder reinzuwerfen. Und da muss man die nicht vom Kaufhaus runterschmeißen. Total super. Aber ich bin immer noch fasziniert von diesem Ausblick hier. Das ist quasi ein Modell, wie das hier aussieht. Da waren wir jetzt drauf. Und der Turm hier wird gerade gebaut. Und wird anscheinend sehr hoch. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen diese leuchtende Straße lang bis zum Meer. Und ja, schauen wir mal, was wir heute Abend noch machen. Das ist jetzt schon... Also, die Sonne geht hier einfach sehr viel früher auf als in Deutschland. Schon so um 5 Uhr morgens. Und dafür geht es hier halt auch schon um 19.30 Uhr unter. Und das ist immer noch, finde ich, noch sehr ungewohnt. Aber wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen nupsi, ein bisschen durch die Regen. So, hier jetzt noch mal das Einkaufszentrum von oben. Wir sind jetzt auf so einen Aussichtspunkt gegangen, wo hier der Aussichtsturm ist. Und noch so ein Pavillon. Man kann das halt schlecht sehen, weil es gerade schon sehr, sehr dunkel ist. Aber wir gehen jetzt hier mal einfach rum und schauen so ein bisschen, bevor wir ans Wasser gehen. So sieht dieser Turm von unten aus mit den Wasserspielen hier und da. Und jetzt ist hier so ein Auf... Nee, äh... So eine Rolltreppe, aber die fährt leider in die falsche Richtung. Und deshalb müssen wir hier drunter laufen. Wirklich sehr viele Stufen. Das ist eine extrem enge Rolltreppe, wie ich finde. Wenn das hier mein Schuh ist, passt da nicht mehr viel hin. Endlich am Meer, auch wenn es hier nur der Hafen ist, an den Strand wollen wir morgen. Ui, was sieht das von, dass ich das iPhone halte. Voll lustig. Ja, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen rum und gehen dann gleich wieder einkaufen bei Imad. Wir haben gerade im Lotte-Einkaufszentrum tatsächlich, was halt eines der teuersten Einkaufszentren in Koreas ist, haben wir einfach mal Bananen gefunden, die relativ günstig waren für, glaube ich, 3.500 Won. Bei Imad haben die immer nur 5.000 Won gekostet. Für so ein Kilo ungefähr. Und ja, aber wir gehen gleich trotzdem noch zu Imad, weil die halt alles andere Obst ziemlich günstig haben. So, wir haben es zum Strand geschafft. Also, das ist jetzt das erste Mal, dass ich seit ein paar Jahren wieder die Füße im Wasser haben werde. Oh Gott, ich frage euch echt, wie kalt das jetzt sein wird. Und ja, also es ist schon wirklich nicht, es ist schon wirklich nicht warm. Jetzt verstehe ich doch, warum hier absolut gar keiner schwimmt. Oh verdammt. Oh mein Gott, ich war mal in Mexiko und da war das Wasser so warm wie in der Badewanne. Und das ist echt so sehr kalt doch. Oh Gott, ey. Wir gehen jetzt essen und ja, gehen da essen, wo wir gestern essen waren. Also in dem Burgerladen. Ich bin so rot. Aber ja, es hat mir gut getan, mal wieder am Meer zu sein und ein bisschen am Strand zu liegen. Hatte ich ja jetzt schon echt lange nicht mehr. So, wie ihr seht, bin ich ganz schön rot geworden, innerhalb von ein paar Stunden. Wir sind gerade jetzt hier in Lotte-Einkaufszentrum, weil wir nämlich den Zomark hier unten suchen und den wir nicht gefunden haben unten, aber da ist es wohl unten. Und was ich total strange finde, ist, dass die Aufzüge hier verschiedene Etagen anfahren. Es gab bestimmte Aufzüge, die fahren nur bestimmte Etagen an. Zum Beispiel die Aufzüge, die wir hier jetzt hier haben, fahren irgendwie nur die Ungraden an. Die anderen Ungraden und da muss man halt wissen, wo man hin möchte. Das ist alles sehr konfus. Wir haben uns jetzt wieder Kirschen gekauft und dieses Mal waren die sogar etwas günstiger. 8.500 Won, aber immer noch teurer. Wir haben uns mal überlegt, dass wenn wir in Deutschland wären. Würden wir, glaube ich, niemals hingehen und sagen so, boah, voll günstig. Wir haben Kirschen für 16 Euro das Kilo gefunden. Aber hier ist das irgendwie so das günstigste, was wir finden können. Und das ist total schade, weil ich einfach... Wir hätten gestern noch Äpfel kaufen können, aber ich dachte so, boah, nee, ich habe keine Lust auf wieder Äpfel. Ja, ich bin jetzt einfach gerade ein bisschen im Bett hier, weil ich mich ein bisschen ausruhen möchte. Und gleich gehen wir vielleicht noch ein bisschen nach draußen und spazieren oder machen irgendwas anderes. Mal schauen.